Prall und riesengroß. An diesen prominenten Hintern kommt man einfach nicht vorbei. Wir zeigen euch die Top 5 der größten Popos. Top 5 Amber Rose hat einen richtigen Prachpopo. Deshalb zeigt sie sich auch gerne von ihrer besten Seite. Top 4 Ihr Po ist ihr Markenzeichen. Superstar Jennifer Lopez ließ sich ihren Hintern sogar auf 27 Millionen Dollar versichern. Top 3 Nicki Minaj zeigt gerne, was sie hat. Ihre Killerkurven präsentiert sie in super knappen Outfits. Ihr Popo kommt dabei immer zur Geltung. Top 2 Kim Kardashian züchtet sich ihren Megapo. Ihr Hinterteil wird immer größer. Kim liebt ihre Kehrseite einfach und die Männer lieben sie auch. Den berühmtesten Po der Welt hat Coco Austin. Sie ist unglaublich stolz auf ihr Hinterteil, der zu 100% echt ist. Diese Ladies haben auch ein tolles Hinterteil. Hier gibt's die heißesten Promidamen Hollywoods. Abonniere auf unseren YouTube-Channel. Bis zum nächsten Mal.